Wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich habe Bauchschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Saanschmerzen. Funktionieren 5G und das Fernsehen mit den gleichen Funkwellen? Ist 5G gratis? Braucht man ein spezielles Handy für 5G? Betrifft es alle Mobilfunkanbieter? Betrifft es alle Mobilfunkanbieter? Welche Gefahr geht von 5G aus? Welche Gefahr geht von 5G aus? Ist 5G gefährlich für die Gesundheit? Ist 5G gefährlich für die Gesundheit? Was ist der Unterschied zwischen Pflegekraft, Krankenpfleger und Arzt? Was ist der Unterschied zwischen Pflegekraft, Krankenpfleger und Arzt? Wie lange muss man studieren, um Pflegekraft oder Arzt zu werden? Wie lange muss man studieren, um Pflegekraft oder Arzt zu werden? Welche Probleme gibt es durch die Covid-Krise? Welche Probleme gibt es durch die Covid-Krise? Haben die Ärzte Angst vor Covid? Haben die Ärzte Angst vor Covid? Wozu ist Homeoffice da? Wer hat das Homeoffice erfunden? Arbeitet man Homeoffice mehr als in der Firma? Arbeitet man Homeoffice mehr als in der Firma? Ist Arbeit zu Hause oder im Büro besser? Ist Arbeit zu Hause oder im Büro besser? Was sind die Vorteile vom Homeoffice? Was sind die Vorteile vom Homeoffice? Wieso arbeiten manche Zuhause? Wieso arbeiten manche Zuhause? Andere nicht?